Ich bin crazy, der Gegner. Die Gegner sind komplett crazy. Was war denn das für ein Player? Ah! Naja... Unigkeiten, Palette Passiver. Ich hab ein Missplay. Ah, ich hab ein Missplay, hätte ich flash müssen. ein bisschen informiert ist okay und kennengelernt Ich bin ein Wettbewerb für den Tobi-One-Shots, aber ich kann den... Oh, SM-DRAKE! Eieieiei Warte Bro Angespannt, let's go! Triple kill! What? It's crazy, dass er da rein eht, wenn ich erwartet. Ah, bloß die Sextion bin hier gekommen. Das ist so cringe, dass der eine Trades den gecringed hat. Aber er war so troll von der Gimmel. Weil wenn die da rein eht und ich benutze ihn eh nicht, dann tue ich einfach ult und sie ist tot. Wir wollen das fighten, sind wir crazy oder was? Wir sind ein crazy Gegner. Wir Gegner sind komplett crazy. Was war denn das für ein Player? Versuchen das zu fighten? Kamelis Arzik und am Tauern stehen gegen den gefeierteten Renekton. Gegen Renekton fightest du nicht, early game. Vor allem, wenn der so gut den Game ist. Wir flaschen aber, ist okay. Wir flaschen aber, ist okay. Okay, ich will die so gut flaschen. Ach, nein. Komm her! Oh nein! Ich will die Q in. die flippt ist überfordert dann flippt die einfach das reingeholt das war ein bisschen crazy bin ich ehrlich oh mein gott mit autofokus wenn ihr waffert und dann kann man halt jetzt es war gut gerne gesehen haben wir auf kasten redet es runter das heißt er redet es unter sein sein team rennt unter und das am smith scheinbar kann ich die ganze map und erfolgt kann das echt spielen ja aber das war auf aber die sehen nicht es ist kein guter fleisch weil wir kriegen aus dem keller keine objekte so zu fleisch als renek da das ist okay das spielt man gerne mal um ich habe es müssen okay oh gut lasst doch los leute lasst doch los was du einfach los Das ist krass, was ich für den Charden mache mit dem Bell Jam. So, oh, Rücken. Das tut weh, niederlich. Okay. Mitteln ist Weak, oder was, Leute? Ah, Articke ist gestorben, leider. Mein Articke ist 1,6. What? Das ist der Turbo Flank, man kennt ihn. Juiui. Jetzt wird abgesagt. Wollt ihr denn hin? Oh, ein Rücken hat sie bekommen. Eine Karte. Okay, GG's. Uiuiuiui. Mitteln ist einfach sehr weak aus in dem Game. Mama mia. What? Warum kann ich nur 3 Leute ordern? Warte mal kurz, was? Meine Staller, meine Seat? What? Das ist mir gar nicht auch gefallen. Das ist mir gar nicht auch gefallen. Das ist mir. Das ist mir. Das ist mir auch gefallen. Ich habe dich gefallen. Ich habe dich gefallen. Hoffen, was hoffe ich. Jetzt ist mir. Bis zum nächsten Mal.